Hallo alle, hier bin ich wieder, euer Mako. Wir gehen weiter und suchen Captain Spock. Und meine Muni ist wieder aufgegangen. So viele Gegner, es gibt wieder viel Kohle. 10 Stunden erledigt. Und wenn jetzt wieder. Verschwinden wir, bevor die Verstärkung kommt. Und da kapast keine Ember. Und da Benni auch. Ja, gute Arbeit. Gut gemacht, Ratchet. Dieser Woltergast ist perfekt. Boah. Boah. So für Marco. Nein. Boah. So. So. Sie sind zwar schwachig auf der Zeit, aber das ist super am Geld. In Deckung bleiben. Ihne ich materials, da verliert noch mehrising nie feste. Oh no. Die sind beacon, Ratchet. Da implications. Kumpel? Gut gemacht, Knell. Wir sind Kupert. Ich bin froh, dass ich dich als T-Partner habe. Freunde, ich habe das Gefühl, dass uns dieser Kampfbot liegt bei der Suche nach Commander Spock, okay? Oh, verdammt. Riecht was das? Ah, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Gib, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, sure. Ich bin froh. Kogreck 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 Warnung, nicht autorisierte Lebensformen im Rektor 3 entdeckt. Ah, Eindringlinge, ihr steht nicht auf des Meisters Liste. Kleine, schwache, zerbrechliche Körper, ihr nützt ihm nichts. Zentrale, legt das Werk vom Delta in den Dampfkanal. Ja, Commander, lenke Plattform Delta um. Oh je, ah, das ist nicht gut. Ihr werdet zum Nest wieder Besiedlungszentrum gebracht. Wir müssen die Plattform gerade halten. Mannsäi, Mannsäi. Auf jeden Fall, ich mache mir ebenso. Auf welchem Grundverkehr hier, wollt ihr meine Fabrik zerstören, diesen Planeten treffen? Dieser Planeten kann nicht erhebt werden, Magnus, gehörte Meister. Ich gehörte, ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Jetzt ist das schon wieder Dann habe ich noch einen kleinen Bedingung mit der wir machen Ich bin zu alt für solche Umfugeln. Ich bin zu alt für solche Umfugeln. Nicht zu können, aber... Das war's für heute. Das war's für heute.